What the fuck man, verrückte Bauer ey, nein man, Kontrollpunkt neu starten, nein, fick dich ey, Kontrollpunkt neu starten, ja man, nicht zu kotzen, so lange bis ich's hinkrieg, dann warte ich aber jetzt mal ganz geduldig ab, bis die Spaß nach mir vorbeigelaufen sind, dann geht's vielleicht. . . . . . Da ist doch. So far I'd manage to keep a low profile a bit out of character for a guy who's only comfortable with a bottle of whiskey or a gun in his hand Malhi vadi shalge redemptor I guess the center of the maze was in this direction Modul wechseln B Kamera umschalten H Halt Moment Kamera umschalten Also B, H und B und H merke ich mir jetzt mal B Ja genau Und H ist demnach Kamera wechseln Ja echt mal so Perfekt Okay, dann mal hier rein Okay I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type I had to find that room quickly Und bohr die Arme Ich probiere nochmal ab Kontrollpunkt starten nicht, wir wissen ob man das auch lautlos hinkriegt Ja gut, ganz lautlos hinkriegt Ja gut, ganz lautlos hinkriegt, aber wenigstens ohne wirklich viel Leben zu verlieren Ja gut, ganz lautlos hinkriegt, aber wenigstens ohne wirklich viel Leben zu verlieren Ja gut, wenn ich denke, was jetzt passiert wäre Ich bin jetzt auf dem Video-Feed 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 Ich musste weitergehen Ich hoffe, dass ich Fabiana schneller finder als später Wenn überhaupt Oh fuck Toll mein Handy-Klingel, bis gleich! Ach ja, es kann ja wirklich nerven, wenn Eltern keinen Plan vom PC haben Immer muss man denen irgendwas machen oder was auch immer Ein bisschen, ein bisschen sehr zum Kotzen und Äh, ja, hier ist nix Man muss auf der Hut sein, hier sind echt hinter jeder Ecke Gegner Hinter jeder fucking Ecke Hier grad nicht Ausnahmsweise Ich natürlich hier mein, äh Mein lautlos Gelübde gebrochen Aber ich nehme jetzt wieder die Ich nehme jetzt wieder die schallgedämpfte Knarre Komm her Spasti Arschloch Komm jetzt Mach nicht so ne Faxen Komm jetzt Ha! Ich weiß gar nicht, was dahinter ist Da ist der Typ Da ist der Typ Hier ist Nichts Toll Alter, toll Oh, oh Fuck, 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 fuck Ich geh lieber mal hier in Deckung Von wo kommen denn die? What the fuck? Ja, da ist der Typ Ja, war wieder klar Jetzt kommt der Spasti um die Ecke Nö Ne, also ne, kann man so nicht lassen Nein Nein Ab Kontrollpunkt neu starten Ja, hier habe ich schon mal ohne Leben Voll zu verlieren geschafft, mein Gott Nein Ich probiere nochmal mit der Schallgedämpfte Und da durch zu Oh fuck そ G groß Mh So, also ich glaube der ist tot Boah Krass Da oben ist er schon mal nicht Ich glaub der ist runtergesprungen oder Kann das sein? Oh fuck Danke Ich wollte gerade sagen Komm guck nochmal um die Ecke Aber er macht das ja schon Ist er tot? Ich weiß es doch nicht Ich glaube aber anstatt der hier Nimm ich mal die hier auf So Geil Hier ist immer noch niemand Ist ja egal Die haben mich sowieso alle schon gesehen Oh der gehört besser gesagt Oh fuck Boah Boah das haben wir gerade noch rechtzeitig gesehen Nochmal hier rum gucken ist nix Und hier ist da noch einer Oh fuck Oh fuck Hinter dem Gitter Der sagt Da ist noch einer Komm komm um die Ecke So 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 hier ran Und ähm Boah Ist er immer noch nicht WTF 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 Weg 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 Meine Fresse Die Steuerung ist ja manchmal sowas Von hakelig Und hab gelegt Oder wie auch immer Hakelig Oh mein Gott Wie in Red Dead Redemption Also da fand ich die Steuerung Zwar geil Aber manchmal Auch mit ihren Tücken Komm ich hier hoch Jawohl Komm ich Muni 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 Okay Okay da kann man rein Ich dachte schon Das muss ich jetzt auch Aufschließen Nimmst du aber hier Handtäschel mit oder Boah Ne ne Schimmadiaka hier Muni gibt's auch Geil Was kann man hier Wieder Funse gucken Oder was Ne Kamerate suchen Ich hab noch fast alles Leben voll Fünf Pain-Killer Könnt ja Momentan Nicht besser laufen Aber ich befürchte Dass hier Jeden Moment Irgendjemand kommt Und mich sowas von Fertig macht Dass ich schon wieder Gar keinen Bock mehr Auf das Spiel hab Aber ich hoffe nicht Du lässt jetzt mal Deine scheiß AK In der Hand Boah Kannst echt vergessen Ey Jetzt hat der Die auch nur Weggeschmissen Oder was Wehe Halt la boca Niemand kann Oben Niemand kann Oben Sua burgessinha Safaree Da war sie Genau in front Mir Der drückte Fuhl in mir Wollte ein Spiel Aber ich hatte nur genug Sinn Ich wusste Dass ich mit einer mitten Frau in meinen Arten Wenn ich so Der hat Nicht Die AK Weggeschmissen Oder Und er hat Die AK noch Sauber Sauber Er hat Die AK Ja noch Jawoll Sauber Wie geil Das aussieht Ja Okay Aber Nichtsdestotrotz Sollte man Ein bisschen Vorsichtig sein Ich gehe einfach Mal hier rein Oh Bilduntersuchen Und hier kann man Gleich das Knöpfchen Drücken Oh Ist Ist Ah Man kann sogar Sechs Ich dachte man kann Nur fünf Pain Kille Aufnehmen Also dachte ich Zumindest Ist aber anscheinend Nicht so Deswegen gucke ich Jetzt mal hoch Ob es hier was gibt So eine goldene Waffe zum Beispiel Ja Geil Haben wir auch schon Lang nicht mehr Gefunden Ich weiß auch nicht Was es bringt Ehrlich gesagt Aber Ähm Ja Wahrscheinlich Einfach nur ein Bonus Irgendwie Am Ende Oder so Neue Artworks Oder so Was Vielleicht Boah Boah What the fuck BTF Oh ja Gut Okay Man kann nur übertreiben BTF Wo ist der Boah Fett Was ist das Für eine Waffe Hammer Ne Ich nehm doch Lieber die AK Boah Glück gehabt Hui Mein Gott Scheint aber die gleiche Muni wie AK zu haben Verwürdig Oder Mal kicken Versa Enemies A Lass mal hier Entdeckung Jetzt kann ich auch Ein bisschen Unvorsichtiger Mal sein Nächstes Mal Ja wenn wir da hochkommen Mal die Zeitlupe Na komm Komm schon Komm Na komm Gut 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 Der kommt nicht Also Damit hätte wohl nicht gerechnet War Ach das bloß ein Licht Ich dachte eigentlich kurz Da wer Eine goldene Waffe Ist Aber Nicht so Ja Und die zwei Waffen Die haben gleiche Munition Und ich nehm jetzt mal Doch wieder Painkiller Boah Hier bin ich aber Ziemlich ungedeckt Glaube ich Aber egal Ich würde da nicht Max Payne halten Wenn ich nicht maximale Schmerzen aushalten würde Ja Natürlich Komme ich hier Erstmal wieder Nicht raus Ah da Kommen die Ich wundere mich schon So Hä Wo Wie schießen die Hä Oh meine Fresse Wieder Kacken Dreck Steuerung Echt So So Toll Jetzt hab ich noch BTF BTF Nein 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 Du rennst jetzt weg Max Jawohl Sauber Ungefähr genau so Sollst du es nicht machen Also irgendwie läuft es jetzt gerade mal so genau gar nicht nach meinen Vorstellungen Also um ehrlich zu sein Äh Relativ sehr beschissen Alle z.B.A.N.K.E.N.K.E.N.K.E.N.K.E.N.K.E.N.K.E.N.K.E.N.K.E.N.K.E.S.: So, jetzt weiß ich ja, wie viel da auf mich zukommt. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen langsamer machen. Die übertreiben auch mal wieder so voll gar nicht. Aber ich nehme jetzt mal die hier wieder. Boah, krass. Ich dachte schon, die kann mir was, die Granate. Juhu. So. Also jetzt vorsichtig weiter vorrücken. Boah, ich bin gerade sowas von konzentriert. So, wir haben noch drei Painkiller. Müssen wir jetzt echt gut einteilen. Und auch gucken, dass wir jetzt mal nicht so viel Leben verlieren. Ich weiß auch nicht, wie viel da jetzt noch kommen. Mein Gott. Mein Gott. Voll am Abkacken hier gerade. Aber zweite ging eigentlich. Beim ersten Mal waren ja alle Painkiller weg. Beim zweiten Mal habe ich ja noch drei Stück. Zwei Stück gebraucht. War ja eigentlich. War aber okay. Aber dennoch schön vorsichtig alles machen. Weil ich will ja nicht sterben. Alle schön vorsichtig. Oh fuck. Schön, wie der die Waffe nimmt. Der wechselt immer die Waffen. Das muss ich zugeben. Das ist ziemlich nervig. Ich finde, der sollte einfach die Waffe in der Hand halten, die man gerade die ganze Zeit drin hat. Oder die man gerade in dem Moment in der Hand hat. Das wäre echt viel besser, finde ich jetzt mal. Und hier gibt es wieder Painkiller. Jauber. Also, hier kann man noch mal Plätzchen lassen. Ja, sie waren. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen Schritt nach vorne gehauen, seit ich dieses Land gekommen bin.